Danilo, Paulina, Jenny, Jenny, Paulina, ja war nicht ohne, also ich bin mit Jenny sehr sehr gut, obwohl sie nicht mein Perfect Match ist, ich fühle diese Frau und auf einmal hast du Sex mit Jenny im Schlafzimmer, wir haben intensiv gekuschelt, aber Hauptsache jeden erzählen sie ist nicht so eine, alter. So ein Fisch, Alter. Warum hast du denn der Daria gesagt, dass du ihn nicht reingesteckt hast? Hab ich das so gesagt? Mach kein großes Drama draus, erzähl es dir. Intensiver gekuschelt, okay, jetzt reicht es aber. Passt du den dreien oder nicht? Du hast es sogar geschworen. Auf alles. Ich bin ein Mensch, wenn ich was mit einer Frau hab, dann hab ich das für mich alleine zu entscheiden, ob das jemand weiß oder nicht weiß. Hat richtig gut geklappt hier. Na gut, wen wählst du? Ich wähl Daria heute. Huh? Wie kommt das denn? Ich geh schon davon aus, dass wir hier das Perfect Match sind. Bist du sicher? Ja, irgendwie schon. Daria ist auch eine sehr interessante Frau, sehr hübsche Frau und vor allem auch sehr intelligent, das gefällt mir. Dann lockt euch mal ein. Ich hab's auch im Gefühl.